Ja, so haben wir immer so aus, als ob wir uns kennen, oder? So, hi Amelie, hi Diana. Ich hatte eine sehr interessante Frage für euch, die mir auf mein Herz gebrannt ist. Wie war eigentlich eure Englischnote vor dem Auslandsjahr? Also meine Englischnote direkt davor war eine 1, glaube ich. Aber davor auch mal eine 2. Also ich war nie wirklich schlecht in Englisch, aber ist es nicht so, dass ich da immer nur Einsen hatte. Also es war immer so ein bisschen auf und ab. Ne, ich hatte tatsächlich immer nur Eins in Englisch, ich hatte noch nie irgendwas anderes. Also ich habe Englisch angefangen zu lernen, als ich kleiner war. Also so zur Kindergartenzeit und hab das dann auch, also ich habe immer schon dann Videos und Serien und sowas auf Englisch geguckt. Deswegen war das für mich eigentlich ganz normal. Und ich hatte da nie Probleme mit oder so. Also für mich war das Auslandsjahr auch tatsächlich nicht so, also das war für mich nicht der Grund, warum ich ins Ausland wollte. Sondern es ging bei mir um die Erfahrung mehr als um die Sprache. Cool. Als ihr dann dort angekommen seid, wie war dann so das erste Mal wirklich Englisch richtig sprechen mit Leuten, die Muttersprachler sind? Also mit meiner Gastin mir war es so, vielleicht weil die auch extra so Rücksicht auf mich nehmen wollten und dann so langsamer und so gesprochen haben. Mit denen ging das voll klar. Also ich hatte so voll Angst, dass ich mit dem Englisch überhaupt nicht zurechtkomme. Also ich habe mir da richtig viele Sorgen und Gedanken gemacht. Aber im Endeffekt war es wirklich gar nicht schlimm. Ich konnte mit denen voll gut reden. Aber so nach ein paar Tagen bin ich davon wirklich richtig müde geworden. Also ich konnte wirklich die Müdigkeit in mir spüren, die ganze Zeit auf eine andere Sprache zu denken. Also das war richtig krass. Und es war halt auch voll oft so, dass ich einen englischen Satz gesagt habe und dann aber einfach deutsche Wörter mit reingebracht habe, was so richtig komisch war. Aber dann halt in der Highschool war es halt auch nochmal was anderes, weil die Amerikaner dort halt viel schneller reden und auch richtig murmeln. Also das ist halt gar nicht deutlich. Man kann es wirklich kaum verstehen. Und da muss man wirklich so zehnmal fragen, so was hast du gerade gesagt? Und man versteht es aber noch nicht. Und dann lächelt man so, hofft, dass es keine Frage war. Also ja, da gab es schon echt ein paar lustige Situationen. Also ich habe dasselbe ja mit Französisch schon mal gemacht, mit Französisch austauschen. Und da war mein Level auf jeden Fall unter meinem englischen Level. Von daher kann ich das da glaube ich besser dran festmachen. Und da war es bei mir auch so. Es hat auf jeden Fall so zwei, drei Wochen gedauert, bis ich da richtig drin war. Und mit Englisch hat es für mich gar nicht lange gedauert. Also wirklich, ich hatte das am Anfang, was du gesagt hast, dass man ab und zu mal aus Versehen also oder irgendwie sowas sagt. Und man denkt sich so, oh. Also total aus Versehen. Aber ich war dann nach ein paar Tagen wirklich komplett drin. Es hat nicht lange gedauert. Und bis ich dann wirklich, also super schnell geantwortet habe, ohne irgendwelche deutsche Wörter. Und bis ich auch meinen Akzent komplett verloren habe, hat es ein paar Wochen bis so zwei, drei Monate gedauert, würde ich sagen. Man sagt ja oft, dass man ab einem gewissen Punkt auch anfängt auf Englisch zu träumen. Wann war das bei euch? Auch zwei, drei Monate bei mir. Bei mir wahrscheinlich so drei, vier Monate. Aber ich habe schon so früher angefangen so auf Englisch zu denken. Also wenn man halt gerade in der Situation ist, wo man eh schon Englisch gesprochen hat, dass man halt auch anfängt auf Englisch zu denken. Ja. Wie würdet ihr jetzt euer Englisch jetzt beurteilen? Ich würde sagen, schon ziemlich gut, würde ich sagen. Schon ziemlich fließend. Ich glaube, ich habe immer noch so einen leichten Akzent. Ich glaube, der geht wirklich nie wirklich weg. Aber ich würde schon sagen, dass ich fließend jetzt sprechen kann. Es hat auf jeden Fall richtig viel gebracht. Also meine Gastronomie und Lehrer haben alle gesagt, dass mein Akzent komplett garne ist. Also das finde ich auf jeden Fall cool. Das ist nur ganz selten, wenn ich Wörter ausspreche, die ich nicht kenne. Also einfach nur vorlese, dass man dann, dass ich es halt, also die Melodie so von dem Wort ein bisschen anders sage. Also die Betonung und dann, wenn ich es dann weiß, mache ich es richtig. Aber normalerweise, wenn ich so spreche, ist mein Akzent nicht mehr vorhanden. Aber was ich bei mir merke, ist, wenn ich wieder richtig drin bin und meine Gastronomie eine Stunde facetime, dann ist es komplett. Ich denke dann auch wieder auf Englisch, dann bin ich richtig drin. Und wenn ich manchmal so einen Satz sage, dann bin ich so, das ist ein bisschen raus. Aber ansonsten, also mir entfallen dann manchmal Wörter, die ich vielleicht in meinem Auslandsjahr oft verwendet habe, die jetzt nicht mehr so präsent sind. Aber sobald man da wieder in einer Konversation mit einer englischsprachigen Person ist, wird das wieder, also ich würde schon sagen, dass mein Englisch jetzt, also natürlich nicht wie mein Deutsch ist, aber auf jeden Fall, dass ich es wirklich fließend kann. So am Ende des Auslandsjahres, wo man dann halt noch so neue Leute kennengelernt hat, dann erwähnt man so erst gar nicht so, ja, ich bin Austauschschüler. Das fällt dann einfach weg und dann erst so nach zehn Minuten oder halt sogar noch später sagen die, dann warte mal, du bist gar nicht so von hier, du bist Austauschschüler, so was. Und ich habe zum Beispiel auch mal im Disney World, habe ich so eine getroffen, die kommt aus England, also die hat natürlich einen britischen Akzent gehabt. Und ich habe mich mit der so lange unterhalten und die so, ja, woher kommst du denn? Und ich so, ja, ich lebe hier eigentlich gar nicht, komme eigentlich aus Deutschland. Die so, was? Ich dachte, du wärst amerikanisch. Also ja, das fällt halt immer weniger auf. Und wie war dann euer Deutsch, als ihr zurückgekommen seid? Sehr gedenglisch, sehr gedenglisch. Also ich will gar nicht sagen, also ich finde das immer ein bisschen abwürdig, wenn man nach dem Auslandsjahr sagt, ich könnte kein Deutsch mehr. Aber das ging schon noch. Aber ich habe zum Beispiel, also am ersten richtigen Tag, nee, tatsächlich, also nach meinem Flug, gerade als ich gelandet bin, bin ich mit meinen Eltern um den See gelaufen und wir haben geredet. Und ich meinte so, ja, in Hawaii, die Menschen in den Supermarkt gehen, dann haben die einfach immer ein Towel um sich herum gerappt. Und meine Eltern so, die haben was gemacht? Und ich so, ja, sie haben mein Handtuch um sich herum gewickelt. Aber das kam dann manchmal so raus, so die ersten Tage. Aber das hat sich dann erledigt. Und ich habe versucht, darauf zu achten, dass ich das nicht immer mache, weil ich finde es ein bisschen nervig, wenn jemand das so. Also ich den Englische trotzdem noch, aber ich weiß schon, meistens fällt mir das Wort schon auch auf Deutsch ein. Bei mir war es exakt richtig schlimm. So die erste Woche ging sogar noch voll klar, aber irgendwie bis heute noch so viele englische Wörter sagen. Also ich versuche es auch zu vermeiden, weil ich weiß, dass es die anderen Leute nervt. Aber es ist halt so, dass das englische Wort einfach dir früher einfällt, wenn es automatisch auch rauskommt. Es sind halt immer so einzelne Ausdrücke, die es im Deutschen halt so ein bisschen komplizierter sind. Zum Beispiel Nevermind. Ja, Nevermind, ja. Ich sage immer in front of anstatt vor. Vor. Ja. Oder was ist noch so, was ich immer sage? I'm good. Oder dann übersetze ich halt so aus dem Englischen ins Deutsche. Genau. Ich habe immer gesagt, ich bin gut, weil man fängt halt so an, nicht einfach Deutsch zu sprechen, wie man es halt damals als Kind gelernt hat, sondern aus dem Englischen zu übersetzen. Und dabei geht halt oft was schief, weil es diese Redewendung einfach nicht gibt. Das stimmt, ja. Und ja, also es ist halt schwierig, Deutsch wieder zu sprechen. Ha zugeschaut. Damit hin Кinni muut, aber wahrscheinlich bald, rein oder selbstständig seych. Abonniert das.